Musik Wir machen heute die Film-Bull-Party 2018 bei der Firma Erd bei Arno Schafferer. Ja, und jetzt haben wir der Pflicht nachgekommen und das nehmen wir wahr und jetzt hoffen wir rein. Musik Wir spendieren heute den reinen Erlös mit den ganzen Spenden von weiteren. Wir spendieren einen sozialen Zweck einer Familie, die nachts haben. Wir helfen doch und die Firma Erd bei Arno Schaffer GmbH legt noch 1200 Euro drauf. Hallo! Musik Die Firma, mit der wir das ganze Jahr eine gute, sehr gute Zusammenarbeit haben und auch, glaube ich, sehr sozial eingestellt ist. Die Firma Rack in Hall! Musik Die zweite Nominierung ist der Kohlmeier mit der Firma Jäcki. Musik Schöner Fiegel, Hengstahl! Musik Jetzt habt ihr jetzt genau acht Tage Zeit für das Ganze. Und wenn das nicht zur Stadt kommt, dann kriegen wir für die ganze Firma. Eine gute Ehe außen und natürlich ein gutes Bär. Ein Panzenbär mit 50 Liter. Danke! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020